Was willst du wissen? Wie geht hier? Schön ist es. Guck mal, wenn du da rüber guckst. Sie kommen doch hoch. Vor den Reifen wird es schon qualmen. 400 Kubikmeter Rauch pro Patrone über die Reifen. Dann hier vorne hangeln, peitschen, Nebel, kriechen. Hier wieder schießen, peitschen, kriechen. Alles genau nach meinem Geschmack.